Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ihr hört mich gut, oder? Okay. Noch zum Hintergrund, ich studiere hier an der RUB Sozialwissenschaften mit einem methodischen Schwerpunkt und möchte euch heute vorläufige Ergebnisse aus meiner Masterarbeit präsentieren. Die Masterarbeit wendet sich der Fragestellung, welche Bedeutung Solidarität für AktivistInnen der radikalen Linken hat. Und heute werde ich das auch ein bisschen passend zur Tagung mit dem Thema Einfachen grenzenlos solidarisch. Wie solidarisch ist eigentlich die Solidarität und werden da auch Grenzen gezogen? Und zum Hintergrund, das ist ein Bild, was ich auf einer Demo geschossen habe und das passt ja sehr gut zu meinem Vortragstitel. Zur Solidarität, das ist eigentlich schon immer ein stetiger Kampfbegriff, insbesondere auch in der radikalen Linken. Es wird sich immer wieder darauf bezogen. Man findet es in Flugblättern, auf Transparenten, auch bei Titeln von Demonstrationen. Und ich habe mich eigentlich gefragt, was steckt dahinter? Welches Verständnis haben eigentlich die AktivistInnen selbst von Solidarität? Verortet ist die Arbeit in der sozialen Bewegungsforschung. Und deswegen fange ich auch kurz an mit einer Definition, was soziale Bewegungen überhaupt sind. Und da habe ich eine Definition euch mitgebracht von Della Porta und Diani. Das sind zwei sehr bekannte Protest- und BewegungsforscherInnen. Und sie definieren soziale Bewegungen wie folgt. Social movements may be defined as informal networks based on shared beliefs and solidarity which mobilize about conflictual issues through the frequent use of various forms of protest. Und ihr seht hier, und das finde ich auch immer wieder in der Literatur zu sozialen Bewegungen, Solidarität taucht auf und wird als wichtig auch für das Bestehen sozialer Bewegungen gesehen. Aber es bleibt relativ unklar, was eigentlich da Solidarität sein soll. Auch einzelne Studien widmen sich Solidarität. Aber da geht es vor allem auch um Bewegungen, die sich selbst als solidarisch bezeichnen. Und es bleibt auch eigentlich da theoretisch, finde ich, unklar, wie Solidarität verstanden wird. Ein wichtiger Ansatz, mit dem ich auch in meiner Masterarbeit arbeite, ist der Ansatz der kollektiven Identitäten. Ach so, genau. Kollektive Identitäten, was sind das? Also ich beziehe mich da auf den Protestforscher Alberto Melucci mit seinem Begriff der kollektiven Identitäten. Und er sagt, dass soziale Bewegungen eine spezifische Form kollektiven Handel sind. Und kollektive Identitäten dienen dazu, dieses kollektive Handeln zu erklären. Denn sie sind die Voraussetzung dafür, wie Aktivisten ihr Handeln überhaupt konstruieren, was sie als Ziele ausmachen, welche Gefühle sie haben, was ihre gemeinsamen Interessen sind. Das heißt, dass kollektive Identitäten immer aus einem Konstruktionsprozess besteht, welcher das Wir gegenüber den Anderen abgrenzt. Die kollektiven Identitäten werden nach Melucci immer als Prozess angesehen. Also in einem Prozess der Interaktion konstruieren die Aktivistinnen diesen. Das heißt, sie müssen auch ihre kollektiven Identitäten immer anpassen an das Feld, in dem sie sich bewegen. Wenn sich da etwas verändert, müssen sie eine neue Definition dessen finden, wie sie zum Beispiel ihren Protest angehen wollen, welche Taktiken sie wählen, welche Frames sie wählen und so weiter. Was hat das jetzt mit Solidarität zu tun? Solidarität wird bei kollektiven Identitäten mit einbezogen, aber auch nur randständig und wie ich finde etwas untertheoretisch. Also es wird als eine Dimension zum Beispiel kollektiver Identitäten genannt, wie auch Gefühle oder Einstellungen als Dimension kollektiver Identitäten verstanden werden und ganz allgemein bei Melucci als Mittel zur Bindung zwischen den Individuen. Das ist also die Ebene, die ich so aus der sozialen Bewegungsforschung heraussehe, für kollektive Identitäten und Solidarität. Spannend wird es, wenn die Definition des Wirs und die Abgrenzung in Konflikt zu den anderen steht oder es da eine sehr klare Trennung oder Grenzziehung gibt, denn dann kommt es, wie gesagt, häufiger zu konflikthaften Situationen. Also die Bestimmung, wie eng das Wir gesehen wird, desto eher kann es dann zu Konflikten kommen. Und das ist natürlich auch insbesondere bei der radikalen Linken der Fall, wo man davon ausgehen kann, dass sie eine sehr starke Definition des Wirs haben. Dann spricht man eher von offenen oder geschlossenen Kollektiven Identitäten. Also Fridays for Future sieht man jetzt ja gerade, hat eine sehr breite Mobilisierung, also kann sehr breit mobilisieren, eben weil sie eine sehr offene Kollektive Identität haben, weil viele unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen sich dieser kollektiven Identität anschließen können. Kurz zu meinem Forschungsfeld noch. Wer oder was sind eigentlich die radikale Linke? Ich habe hier ein Bild vom sogenannten schwarzen Block aufgeführt. Da seht ihr auch, die Geschlossenheit der kollektiven Identitäten wird hier auch performativ durch zum Beispiel die gemeinsame Kleidung hervorgebracht. Also auch da ist eine klare Konstruktion des Wirs. Wer oder was ist die radikale Linke? Das ist natürlich sehr vereinfacht, weil eigentlich ist das eine sehr heterogene Gruppe, die sich auch aus unterschiedlichen theoretischen Strömungen speist. Aber trotzdem sehe ich das jetzt mal so zusammen. Die radikale Linke beschäftigt sich sozusagen mit ganz unterschiedlichen Themen und speist sich daraus, aber es gibt in unterschiedlichen sozialen Bewegungen, zum Beispiel der Frauenbewegung, der Umweltbewegung oder so, Teile, die sich dann auch als radikale Linke bezeichnen. Das heißt, sie sind nicht auf ein Thema unbedingt fokussiert. Was macht die radikale Linke aus? Sie vertreten den Anspruch, dass das Private politisch ist und damit sind sie nach Haunz eine präfigurative Bewegung. Das heißt, ich zitiere, es gibt eine starke Konkurrenz zwischen Bewegungsidentität und den alltäglichen Lebenspraxen der Aktivistin andererseits. Was bedeutet das? Radikale Linke haben den Anspruch, nicht nur in ihrem politischen Aktivismus politisch zu handeln, sondern sehen ihr komplettes Privatleben, ihren Alltag auch als politische Praxis und versuchen, ihre Ideale dann auch im Alltag umzusetzen. Beispielsweise lehnen sie die bürgerliche Gesellschaft ab, sie lehnen Machtverhältnisse ab und Herrschaftsverhältnisse ab. Daraus resultiert dann, dass sie ihren politischen Aktivismus auf Basis eines Konsensprinzips und auf Basis der Basisdemokratie organisieren wollen. Und wie ich schon gesagt habe, sie haben relativ geschlossene kollektive Identitäten. Es gibt halt diese starke Abgrenzung und Opposition zum Außen im Gegensatz zur bürgerlichen Gesellschaft. Ganz kurz was zu meinem Forschungsdesign. Ich habe leitfadengestützte Interviews mit Aktivistinnen geführt, die sich selbst als radikale Linke verstehen. Ich habe insgesamt sechs Interviews geführt mit drei Frauen und drei Männern aus verschiedenen Betätigungsfeldern, wie zum Beispiel dem Veganismus, Antirassismus, Antifaschismus, auch der Umweltbewegung und auch dem Feminismus. Also da habe ich relativ heterogen auch unterschiedliche Bewegungen abgedeckt. Und kodierend, und da bin ich auch noch drin, habe ich das, also ich habe die Daten kodierend ausgewertet, angelehnt an die Grounded Theory Methodology. Ich will euch jetzt gar nicht, ich will gar nicht länger auf die Methoden eingehen, wenn ihr wollt, können wir das später nochmal diskutieren, sondern jetzt einige Schlaglichter auf meine Ergebnisse zu treffen, die bis jetzt da sind. Und es ist ein vorläufiges, sind vorläufige Ergebnisse. Ich werde euch jetzt auch ein paar Interviewausschnitte zeigen. Also ich freue mich sehr, wenn ihr da noch einen anderen Blick auf Daten habt. Ich habe das jetzt schon häufig in Kolloquien erlebt, dass ich ganz viel davon gelebt habe, auch dass andere Menschen andere Dinge in den Daten gesehen haben. Also ihr seid herzlich dazu eingeladen, am Ende da auch mit zu interpretieren. Die Basis allen, oder meine Überschriften sind ein bisschen umgesprungen, aber ich glaube, es geht trotzdem, ist, dass die Aktivistin, die ich interviewt habe, erst mal eine Utopie einer solidarischen Gesellschaft vertreten. Sie beziehen sich da auch auf grenzenlose Solidarität, sagen ja, wir wünschen uns eine solidarische Gesellschaft, in dem erstmal alle mit allen solidarisch sind, was auch immer das heißt. Sie sagen, wir wünschen uns eine Abschaffung von Kategorisierung. Wir möchten nicht mehr, dass es Unterdrückungsmechanismen gibt. Und je nachdem, in welchem Betätigungsfeld sie sich dann bewegen, gibt es dann auch unterschiedliche Akzentuierungen. Also beispielsweise die Feministin, die ich interviewt habe, sagt dann, ich wünsche mir gerade eine Abschaffung von Geschlechtergrenzen. Die AntifaschistInnen sagen vielleicht, ich wünsche mir eine Abschaffung von Rassismus und so weiter. Aber sie beziehen sich da immer auf ganz unterschiedliche Kategorisierungen und Unterdrückungsmechanismen. Und diese Utopie bleibt dabei, so würde ich sagen, relativ untertheoretisch, sondern das ist einfach erstmal eine sehr offene Vorstellung davon, wir wollen eine Gesellschaft ohne Unterdrückung. Und das habe ich auch in einem Interviewzitat von Franziska, das ist eine AntifaschistIn. So, das ist irgendwie diese Utopie irgendwie. So, hey, Grenzen sind eigentlich bescheuert, so. Warum können wir nicht alle zusammen cool sein? Also solche Erzählungen finden sich häufig in den Interviews, also einfach der Wunsch danach, dass Grenzen und Kategorisierungen aufgehoben werden. Was aus dem folgt, was ich gerade gesagt habe, dass sie eine präfigurative Bewegung sind, ist, dass alltägliche Handlungen ständig auch als solidarische Handlungen gelesen werden können. Also wenn ich danach gefragt habe, was ist denn für euch solidarisch oder wo habt ihr das erlebt, dann erzählen sie zum Beispiel so etwas wie, ja, mir ging es nicht so gut, weil ich so viel im Aktivismus mache und in meiner Lohnarbeit so beschäftigt bin. Und dann kommt eine Freundin vorbei und hat mit mir darüber gesprochen und hat mir dabei geholfen. Und das ist super solidarisch. Also es gibt ganz viele Handlungen, wo man jetzt vielleicht sagen würde, wenn man nicht der Szene angehört, wo man erstmal denkt, hm, das ist vielleicht eine Hilfeleistung oder eine Freundschaft, aber das wird von den Aktivistinnen dann als solidarische Praxis verstanden. Und deswegen würde ich auch sagen, dass Solidarität so eine gelebte alltägliche Praxis für die Aktivistin ist oder sie es selber als alltägliche Praxis rekonstruieren. Mir geht es ja nicht darum zu bewerten, sind die wirklich solidarisch oder nicht, sondern mir geht es ja darum, das Verständnis der Solidarität herauszuarbeiten. Deswegen ist es eigentlich auch wieder ein sehr offenes und dadurch unbestimmtes Verständnis, weil halt alle Handlungen potenziell solidarisch sein können. Oh, auch hier ein Zitat, auch wieder von Franziska, so ein Jahr Solidarität zu zeigen, halt irgendwie, ne, das beeinflusst mich in meinem, ich sag mal, normalen Leben eigentlich viel mehr als andersrum irgendwie, ne. Also dadurch habe ich halt gelernt, ganz anders auf Menschen einzugehen, finde ich irgendwie, ne, also viel hilfsbereiter auch einfach zu sein und weniger so dieses ich-bezogene Denken zu haben irgendwie, ja, so finde ich jedenfalls. Also hier sieht man zwar noch so eine Trennung von dem normalen Leben und dem Aktivismus, aber man sieht ja auch ganz klar, dass sie meint, dass Solidarität in ihrem normalen Leben, also in ihrem Alltag eine Rolle spielen soll. Mit wem sind die Aktivistinnen eigentlich solidarisch, habe ich mich dann gefragt und das auch erstmal so als Deskription versucht zu ordnen und man findet ganz viel, dass die Aktivistinnen sagen, wir sollten uns erstmal mit dem solidarisch erklären, die einen schlechteren gesellschaftlichen Status haben. Also sie sagen dann sowas wie, man sollte sich mit Schwächeren solidarisieren und so weiter. Und deswegen habe ich hier die Achse aufgemacht, mit wem solidarisiert man sich anhand des gesellschaftlichen Status. Sind die Menschen eher privilegiert, sagen sie, ne, die brauchen nicht so eine Solidarität von uns. Sind sie diskriminiert, würden die Aktivistinnen sagen, ja, mit denen muss man sich auf jeden Fall solidarisieren. Und hier habe ich auch wieder ein Interviewzitat von Carolin. Also die Namen sind natürlich alle pseudonymisiert. Es ist aber auch ganz besonders wichtig, sich mit Menschen zu solidarisieren, die eben nicht so sind wie man selbst oder nicht die Erfahrung machen wie man selbst. Und da eben explizit eben mit Menschen, die in einer benachteiligten, viel weniger privilegierten Situation sind als man selbst. Also ich brauche mich jetzt als Frau zum Beispiel nicht unbedingt mit Männern solidarisieren, weil die sind in einer privilegierteren Situation so. Das halte ich jetzt für mich persönlich politisch nicht für besonders wertvoll. Aber beispielsweise mit eben schwarzen Männern in den USA, die sind eine total vulnerable Gruppe. Und da ist es, finde ich, es total wichtig, da eben Solidarität zu zeigen. Also ihr seht, hier werden ganz viele Differenzen aufgemacht und auch Kategorisierung von anderen Menschen. Also die Solidarität fußt darauf, dass ich erstmal andere Menschen auch kategorisiere und einordne anhand dieser Achse, nehme ich die Person eigentlich als privilegiert war oder nicht. Und da kann es eben, also sie sagt auch, ich bin intersektionale Feministin und das sieht man ja auch in dem Interviewzitat, da kann es eben dazu kommen, dass man sagt, ja mit Männern bin ich jetzt nicht solidarisch, aber mit diesen bestimmten Männern oder ich bin mit Frauen solidarisch oder eben nicht. Ich muss mit Frauen nicht solidarisch sein, aber wenn die Frau vielleicht eine Behinderung hat, dann bin ich solidarisch. Also hier findet man auch immer so Differenzierung. Aber ihr seht, es fußt darauf, dass ich Menschen erstmal auch in Kategorien einteile. Das ist sozusagen die eine Achse. Die andere Achse, mit wem ich solidarisch bin, ist dann die Frage nach Übereinstimmung und Differenz in Bezug auf die politische Ansicht. Je eher ich mit der anderen Person übereinstimme, desto eher werde ich mich auch mit ihr solidarisieren. Je differenter unsere politischen Haltungen sind bis zum Konflikt, desto weniger solidarisiere ich mich mit der Person. Und hier habe ich auch wieder ein Zitat mitgebracht, diesmal von Julia, tut mir leid, ist alles ein bisschen umgesprungen. Also ich glaube, Menschen sollten sich mit Menschen solidarisieren, denen Ungerechtes widerfährt oder ja halt hauptsächlich Ungerechtes widerfährt oder ja hauptsächlich Ungerechtes widerfährt oder halt generell die, keine Ahnung, also generell auch einfach die Menschen, die für die gleiche Sache kämpfen, dass sie sich halt gegenseitig supporten so ein bisschen. Halt, wie ich gerade sagte, halt Menschen, die für das Gleiche kämpfen, dass sie gegenseitig solidarisch sind oder halt generell eigentlich so ein Traum wäre, dass alle Menschen solidarisch zu anderen Menschen sind. Ja, nur halt Menschen, die halt eben keine Solidarität befürworten, sondern das Gegenteil. Ja, ich finde, die Menschen haben keine Solidarität verdient, so grob gesagt. Also ihr seht, es ist wirklich sehr schwammig, das Solidaritätsverständnis, aber in diesem Interview findet sich sozusagen auch die Verschränkung von beiden. Also einerseits die Achse dessen, ist die Person privilegiert oder nicht, aber auch stimmen wir eigentlich politisch überein, ja oder nein. Und deswegen habe ich das auch mal versucht, sie übereinanderzulegen. Also ihr seht hier, wenn ich mich mit der Person politisch übereinstimme, dann solidarisiere ich mich mit ihr. Da ist es dann nicht so wichtig, ist die Person eigentlich privilegiert oder nicht. Wenn die Person, mit der ich mich potenziell solidarisiere, privilegiert ist und wir haben eine andere politische Haltung, dann braucht ihr erstmal keine Solidarität von mir. Wird die Person diskriminiert, aber wir haben vielleicht nicht die politische Haltung, dann könnte es dazu kommen, dass ich mich solidarisiere, außer es sind FaschistInnen oder so. Aber zum Beispiel würden die AktivistInnen auch sagen, ein CDUler, der von Nazis vielleicht angegriffen wird, mit dem solidarisiere ich mich, obwohl wir vielleicht keine, obwohl er nicht diskriminiert ist oder nicht privilegiert, also obwohl er, nochmal, obwohl es eine differente Haltung gibt, aber ich sehe den dann auch als diskriminiert an. Genau, also das ist sozusagen dieses Solidaritätsverständnis. Dieses Vier-Felder-Modell ist natürlich jetzt sehr vereinfacht, aber es hat mir jetzt erstmal im ersten Schritt geholfen, überhaupt deutlich zu machen, mit wem ich solidarisch sein will oder mit wem nicht. Wichtig ist vielleicht auch, dass ihr auch schon gemerkt habt, dass es also unterschiedliche Analyse-Ebenen gibt, auf wen sich die Solidarität bezieht. Also es können einmal Menschen innerhalb meiner eigenen sozialen Bewegung, meiner eigenen Szene, meiner eigenen Gruppe sein und es können andererseits auch Menschen sein, mit denen, die vielleicht außerhalb meiner eigenen sozialen Bewegung oder Peergroup sind. Und ich möchte jetzt zum Abschluss nochmal darauf kommen, wie das eigentlich so in dem linken Feld ist, also mit denjenigen, mit denen ich übereinstimme, die in meiner Peergroup sind, welche Verweise, welche Funktion hat da eigentlich Solidarität? Und da hat es einmal die Funktion, dass es sehr inkludierend ist, also der Verweis auf Solidarität wird immer mit einer starken Inklusion verbunden, was ja auch nicht überraschend ist, wenn man sich den theoretischen Ansatz der kollektiven Identitäten anguckt. Also Solidarität schafft dann so ein inkludierendes Wir-Gefühl und da wird er sogar teilweise als Familie konstruiert. Also dass sie sagen, meine Familie, also das ist meine Peergroup, meine politische Gruppe, wir sind eine Familie, wir sind alle solidarisch miteinander. Spannend fand ich dazu auch, dass es insbesondere Solidarität erlebt wird, wenn eine Bedrohungssituation geschildert ist. Also ich habe gefragt, wann habt ihr Solidarität erlebt? Und da kam bei allen Interviews eine Schilderung einer Gefahrensituation. Also als ich bei G20 war und ich eine Mauer hochklettern musste und mich jemanden hochgezogen habe, das war Solidarität. Oder als ich in der ersten Reihe stand bei einer Demo und ich niedergeknüppelt wurde und mir jemanden aufgeholfen hat, das ist Solidarität. Also es scheint so, dass dieses Wir-Gefühl insbesondere in so Bedrohungssituationen von Herausforderungen gestellt wird und da auch wie so eine Prüfung der Gemeinschaft stattfindet. Die andere Frage ist natürlich, was geht mit so einer klaren Abgrenzung eines Kollektivs einher? Das ist andererseits natürlich auch diese exkludierende Funktion und da habe ich sehr, sehr viel gefunden. Also es überrascht vielleicht auch nicht, wenn man sich die radikale Linke anguckt, die ja auch durch Zersplitterung und so bekannt ist, dass es sehr, sehr viele Begründungen dafür gibt, warum Aktivistinnen eigentlich ausgeschlossen werden. Und da wurden unterschiedliche Begründungen genannt. Das sind einmal inhaltliche Differenzen. Es wird aber auch viel von Vertrauensbruch beschrieben. Also XY hat sich nicht an Absprachen gehalten. Das ist nicht solidarisch. Deshalb darf er oder sie nicht mehr mitarbeiten. Dann auch Verrat. Also XY hat mit einer Person geredet, die wiederum eine Person kennt, die einen Nazi kennt oder so. Also das ist Verrat oder die Person hat mit der Polizei geredet und unsere Demo-Strategie benannt. Das ist Verrat, die Personen werden exkludiert. Und was ich auch relativ viel gefunden habe, war sexuelle Übergriffigkeiten innerhalb der radikalen Szene, weswegen dann auch gesagt wurde, nein, das geht nicht. Die Person wurde dann auch ausgeschlossen. Und da abschließend noch ein Interviewzitat. Und dann bin ich auch fertig. Das ist von Martin und er kritisiert auch so ein bisschen diese Exklusion und perstifliert das auch am Anfang so ein bisschen. Da wart ihr aber jetzt nicht solidarisch miteinander. Er lacht. Das ist auch oft ein Vorwurf. Ich finde, der wird auch viel zu inflationär benutzt innerhalb von linken Kontexten. Du hast jetzt nicht solidarisch gehandelt, weil du hast mich nicht gefragt oder so. Oder keine Ahnung. Du warst jetzt nicht solidarisch bei der Essensauswahl auf einem Camp oder so. Oder du warst nicht solidarisch bei der Entscheidung. Also wenn man das jetzt nur auf Entscheidung bezieht, welche Demomethoden benutzt werden sollen, also bist du raus. Anstatt dann den nächsten Move zu machen, den ich eigentlich besser finden würde, okay, du warst jetzt nicht solidarisch, lass uns darüber reden, was schiefgelaufen ist. Ich finde, finden einige dann zurückwärtsgewandt. Wenn man redet dann darüber, was alles kacke gelaufen ist, ich finde nicht unbedingt, weil man dann an den Defiziten irgendwie arbeiten müsste, um eine neue gemeinsame Entscheidung irgendwie zu finden. Und mit diesem Interview, Zitat, möchte ich schließen und bedanke mich erstmal fürs Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank.